Liebe HörerInnen, die Wood Love Reihe enthält neben expliziten Szenen und derber Wortwahl auch Elemente, die potenziell triggern können. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung. Die Inhalte sind Gewalt, Stalking, Psychose, sexueller Missbrauch, Tod, Verlust, Trauer und Trauerbewältigung. Es wird, bis auf wenige Stellen, auf Verhütungsmittel verzichtet, was jedoch nicht heißen soll, dass sie im realen Leben nicht wichtig sind. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Cordialement. Cordialement. Eure Odessa und euer Team von Löbe Audio. Wood Demand Love von DC Odessa Es lesen Corinna Dorenkamp und Martin Bross Das Böse entsteht immer dort, wo die Liebe nicht mehr ausreicht. Heinrich Heine Kapitel 1 Lova Hey, so läuft das nicht. Norwood hört sich wütend und aufgeregt an, als ich an ihm vorbeigehen will. Keuchend, da er O hinterhergerannt ist, ihn aber nicht ausfindig machen konnte, versperrt er mir nun mit dem rechten Arm den Durchgang. Das ist alles bloß eine Einbildung gewesen. Das ist alles bloß ein Traum gewesen. Das ist alles bloß ein Irrtum. Was willst du hören, Norwood? Ich kann dir nicht mehr sagen, als das, was gerade passiert ist. Ich wollte duschen, das Licht ging aus und er stand. Ein unkontrollierter Laut verlässt meine Lippen. In mir regt sich immer noch der Ekel, da er mich angefasst hat. Mich an Stellen berührt hat, die sonst niemand berühren durfte. Bis auf Norwood vor wenigen Augenblicken. Vor mir hat mich festgehalten und überall… Ich schlucke den Ekel hinunter und richte den Blick auf den Linoleumboden. Angefasst. Mehr nicht. Mehr nicht? Ich hab das Wort Morgen von ihm gehört. Was ist Morgen? Stimmt. Das hatte ich beinahe verdrängt. O will mich morgen im Turmzimmer sehen. Weitere Infos erhalte ich wie üblich per WhatsApp. Ist das eine kluge Idee, Norwood davon zu erzählen? Keine Ahnung, nuschle ich und ducke mich unter seinem Arm, der mir den Weg versperrt, hinweg. Und das sehr ruhig und nicht verärgert. Ich möchte nicht, dass Norwood davon etwas weiß. Noch nicht. Mir ist es schon unangenehm genug, dass ich ohne Kleidung vor O gestanden habe und auch jetzt die Unterhaltung im grellen Spotlicht splitterfasernackt führen muss. Denn Norwood trägt seine dunkelblauen Boxershorts. Aus den Augenwinkeln sehe ich flüchtig zum Mülleimer. Ich bin mir sicher, dass ich den Deckel verschlossen habe, nachdem ich das Laken in den Eimer befördert habe. Damit Norwood nicht merkt, was ich weggeworfen habe, weil das nochmal unangenehmer für mich wäre, beschließe ich nicht, vor seinen Augen nachzusehen. Wieder in der Turnhalle schnappe ich mir mein Kleid, meine Unterwäsche und Schuhe und verschwinde im Geräteraum. Dem Raum, aus dem Norwood die Matratzen und Tücher geholt hat. Bullshit, Lowa, höre ich Norwood das Wort vor der geschlossenen Tür ausspucken. Du belügst mich. Sag mir, was dieser Typ von dir wollte. Ich? Ich weiß es nicht, würde ich am liebsten sagen. Rasch steige ich in meine Unterwäsche, schließe den BH auf dem Rücken und streife mir danach das Kleid über. Norwood hat den Anstand zu warten und den Raum nicht zu betreten. Ich weiß nicht, wer er war. Ach, wirklich? Ich habe eine Vermutung, willst du sie hören? Hat er die wirklich? Konnte er ihn sehen, als er das Licht angeschaltet hat? Sag gerne, was dir durch den Kopf geht. Okay, ich denke, es war O. Wieso? Frage ich viel zu schnell. Mit einem Mal geht die Tür auf und Norwood betritt den beleuchteten Raum. Ich hebe den Blick vom Reißverschluss meines Kleides an der Seite und halte die Luft an. Er steht in seiner hochgewachsenen Präsenz vor mir. Die tintenschwarzen Tätowierungen, die ein morbides Gemälde aus Rosenblüten, toten Köpfen und Nattern abbildet, lenken meine Aufmerksamkeit auf seine nackte, muskulöse Brust. Erst danach hebe ich den Blick zu seinem schön geschnittenen Gesicht. Sein Haar ist zerwühlt, was ihm etwas Verwegenes verleiht. Etwas unperfekt Perfektes. Sein Brustkorb hebt und senkt sich schwer, als würde er jede Sekunde die Beherrschung verlieren. Dabei sitzen seine dunkelblauen Shorts bedrohlich tief. Ich ziehe die rechte Braue in die Stirn, als meine Augen auf den v-förmigen Erhebungen unterhalb seiner Brustmuskeln hängenbleiben. Noch vor wenigen Momenten war er nackt. Lag auf mir. War in mir. Konnte ich jeden Zentimeter seines Körpers berühren, seinen Atemzügen lauschen, seine Wärme in mir aufsaugen. Die Blicke auf mir genießen. Genauso wie seinen Schutz. Weil er der Einzige ist, der uns ständig überwacht. Weil er so perfide ist, uns zur Turnhalle zu folgen, zu beobachten und einen günstigen Moment abgepasst hat, um dich unter Druck zu setzen. Halt mich nicht für blöd, Lowa. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Obwohl mir eine bissige Antwort auf der Zunge liegt, senke ich das Gesicht und streiche feuchte Haarsträhnen aus der Stirn. Das habe ich nie. Du bist nicht blöd, ganz im Gegenteil. Deswegen bist du ja so anstrengend, necke ich ihn. Und gut, keine Lügen mehr, gebe ich mich geschlagen. Mit dem rechten Fuß schlüpfe ich in meine Ballerinas und spreche weiter. Er war hier. Er will mir später eine Nachricht senden, um dir eine Aufgabe zu stellen. Verdammt, flucht er. Ich habe es geahnt. Er wird allmählich lästig. Flüchtig schaue ich zu Norvid, der die rechte Hand zur Faust ballt. Macht er sich etwa Vorwürfe, dass er mich zur Turnhalle gefahren hat, wo uns O auflauern konnte? Was hast du geahnt? Hacke ich nach. Norvid kommt mit großen Schritten auf mich zu, schaut zu mir herab und geht danach in die Hocke, um meinen linken Fußknöchel zu umfassen und mir den Schuh anzuziehen, als wäre ich Cinderella. Macht er das bei allen Frauen, mit denen er geschlafen hat, oder hat er einen Fußfetisch, von dem ich nichts weiß? Was hast du geahnt, Norvid? Will ich wissen. Hast du eine bedrohliche Nachricht von ihm erhalten? Nicht wirklich. Eher eine Botschaft mit den Worten, auch wenn du es nicht verdient hast, genieß den Abend, solange du kannst. Wann? Kitzeln streichen seine Finger über mein Schienbein, nachdem er meinen Fuß in den schwarzen Schuh geschoben hat. So verdammt zärtlich. So unglaublich aufmerksam. Eine Stunde, bevor du an meine Zimmertür geklopft hast. Ich ging davon aus, dass er die Party im Studentenclub meint. Da ich ohnehin nicht hingehen wollte und erst recht nicht, wenn er mir anweist, den Abend zu genießen, hatte die Nachricht keine Bedeutung für mich. Ich habe nicht einmal mehr an die Botschaft gedacht, als du vor meiner Tür gestanden hast. Ein schiefes, unergründliches Grinsen breitet sich in seinem attraktiven Gesicht aus. Zwei Strähnen fallen ihm über die Brauen, als er sich vor mir erhebt. Ist das etwa ein Kompliment? Necke ich ihn schmunzelnd. Möglicherweise, Prinzessin. Sein Grinsen wird schalkhafter, bevor sein Gesicht ernste Züge annimmt. Woher wusste er, dass du zu mir unterwegs bist? Eine Stunde, bevor ich es wusste. Angestrengt blinzelnd weiche ich seinen grünen Iriden aus, die in meiner Seele forschen. Ich schaue zu den aufgestapelten Turnmatten in der Ecke rechts von mir. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Keiner, nicht einmal Linnea, wusste, dass ich mich heute Abend spontan dazu entschlossen habe, Norwid aufzusuchen, um ihm anzubieten, ihm meine Jungfräulichkeit zu schenken. Okay, knapp eine Stunde, bevor mein Entschluss feststand, tigerte ich im Zimmer aufgeregt auf und ab, redete mit mir selbst, wie ich es manchmal tue, und wog ab, ob es eine kluge Idee ist, Norwid einen Besuch abzustatten. Lova, fragt er ruhig und legt seine Hand um meine Schläfe, lässt du mich an deinen Gedanken teilhaben. Hast du mit jemandem darüber geredet? Linnea oder Wilma oder… Nein, nein, das ist ausgeschlossen. Ich schüttelte den Kopf. Es gibt nur einen Weg, wie er an diese Information gelangt ist. Und diese Erkenntnis macht mir Angst. Angst, die Norwid vermutlich in meinen Augen ablesen kann, denn seine Brauen ziehen sich unmerklich zusammen. Wir werden nicht bloß gefilmt, sondern auch abgehört. Wie nur in besonderen Augenblicken verhaken sich unsere Blicke miteinander. Dieses Mal jedoch nicht, weil wir einen verbalen Kampf ausfechten, sondern den gemeinsamen Gedanken teilen. Er hört, verfolgt uns.